Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Moin oder Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute präsentieren wir euch den Euronight 313. Viel Spaß mit dem Video, Like und Abo nicht vergessen! Gleis 4 in der Region nach Bützingen Sonnetouren, Gleinchen, Süd, Vier, Abfahrt, Acht, Sehen, Uwe, 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 I. Erste Klasse, Sechsuhren, B und C. Zweite Klasse, Sechsuhren, A, B und D. Erste Klasse, Sechsuhren, A, B und C. Zweite Klasse, Sechsuhren, A, B und C. Erste Klasse, Sechsuhren, A, B und C. Zweite Klasse, Sechsuhren, A, B und C. Erste Klasse, Sechsuhren, A, B und C. Zweite Klasse, Sechsuhren, A, B und C. Erste Klasse, Sechsuhren, A, B und C. Erste Klasse, Sechsuhren, A, B und C. Erste Klasse, Sechsuhren, A, B und C. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.